Ja, also grundsätzlich, wenn du gerade noch in so einer Experimentierphase bist, dann würde ich bei so einem großen Portfolio noch nicht großartig anfangen rumzuschrauben. Wir machen jetzt erstmal ein kleines Portfolio. Hey Thomas, ich bin 19 Jahre... Das ist doch ein Scherz, oder? 19 Jahre und 493.000 Euro auf dem Depot. Ihr werdet uns wieder unterstellen, dass das ein Fake-Depot ist, aber bitte Jule, schreib in den Chat, dass das ein echtes Depot ist, was uns so entweder über Asana oder per Mailbox erreicht hat. Jule legt hier diese Slides an und wir erfinden hier keine Portfolios. Wirklich? Aber vielleicht sagt ihr ja noch was, wo die Kohle herkommt. Ich habe vor einigen Jahren, als mein Opa gestorben ist, von ihm größtenteils Aktien und einen kleinen Teil Bargeld geerbt. So, da haben wir doch die Antwort. Das Ganze ist dann bei der Hypo Vereinsbank gelandet und seitdem hat sich größtenteils mein kompletter Bankberater von der Hypo Vereinsbank Private Banking und mein Vater, der seit Jahren beim gleichen Berater war und eine gute Beziehung mit ihm hatte, gekümmert. Gute Beziehung ist immer gut, vor allem für den Berater. Vor ein paar Monaten ist dieser Berater allerdings zu einer anderen Bank gewechselt und mein neuer Berater hat bisher noch nichts von sich hören lassen, weshalb ich mich immer mehr selbst mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das tue ich schon seit ich 15, 16 bin. Allerdings habe ich nie tatsächlich investiert, sondern einfach den Marktverfolgung beobachtet und habe angefangen, selbst einiges zu investieren, da zwischen 80.000 und 90.000 lang einfach rumlagen. Anfang Juni habe ich dann 50.000 Euro nach dem 70-30 Prinzip in ETFs gesteckt und bin aktuell am überlegen, da ich sehr viele Positionen im Portfolio habe, manche davon aufzulösen und das Geld lieber in ETFs zu investieren. Was wahrscheinlich direkt auffällt, dass die drittgrößte Position mit über 8% Unilever ist, was daran liegt, dass mein Opa lange Zeit bei Unilever gearbeitet hat und er in einer Führungsposition war, relativ viele Aktien erhalten hat. Diese Position würde ich wahrscheinlich verkleinern wollen, damit sie nicht so groß ins Gewicht fällt. Die zwei größten Positionen sind Fonds, in die monatlich knapp 250 Euro investiert werden. Das Depot soll in Zukunft weiter bespart werden, die Laufzeit ist aktuell komplett offen und im Moment ist es als Altersvorsorge gedacht. Chapeau, Chapeau. Auf jeden Fall mal krasses Portfolio, definitiv Klassiker, groß geerbt. Was ich krass finde, ist, dass diese Person schon mal trotz so einem soliden Vermögen mit 19 Jahren weiterhin spart. Da hat der Opa nicht nur das Portfolio übermittelt, sondern sehr wahrscheinlich auch die Sparsamkeit und der Umgang mit Geld. Also das finde ich schon mal extrem positiv, dass er hier weiterhin 250 Euro für einen Fonds oder für zwei Fonds, das ist nicht ganz ersichtlich, weiterhin bespart. Wie ist das im Private Banking? Also vielleicht für Leute hier Hypovereinsbank, Private Banking. Private Banking sind die Kundenberater von vermögenden Privatkunden. Das macht dann jede Bank für sich persönlich. Also das ist noch nicht Wealth Management oder Family Office. Das sind so die ganz, ganz großen Kunden, so 10 Millionen aufwärts oder noch mehr. Private Banking sind dann eher so, keine Ahnung, kommt immer auf die Definition an. Also bei vielen Banken geht es auch erst ab einer halben Million los, aber wenn der Papa auch schon dort ist und auch ein bisschen mehr Geld hat, dann wird man dort schon mit dem Private Banking versorgt. Es ist eine kostenlose Beratung, dementsprechend, also du zahlst nicht deinen Berater, sondern es gibt Provisionen für verkaufte Produkte. Ja, das muss man an dieser Stelle wissen. Im Wealth Management sind es meistens Prozente auf das verwaltete Vermögen. Da gibt es dann aber weniger Interessenskonflikte im Sinne von Hausmeinung und welche Fonds verkauft werden und so weiter. Was haben wir hier schön? HVB, Hypovereinsbankdepot plus Krypto. Insgesamt 7% im Plus seit Kauf. Das ist natürlich die Frage, wann das Ganze eingepflegt wurde und zu welchen Einstandskursen. Insgesamt sind drauf auf dem Portfolio 494. Also ist das Portfolio noch relativ jung. Interner Zinsfuß 1,47%. Gut, das sagt jetzt nicht viel aus auf die Laufzeit. Schauen wir uns mal an, was da drin ist. Also insgesamt Kursgewinne sind drauf, 32.000. Realisiert wurden bereits Verluste. Das heißt, er hat gewisse Positionen mit Verlusten geschlossen und Dividenden wurden hier zumindest mal keine erfasst. Die muss man bei Paket ja mit einfliegen. So, dann schauen wir uns mal an, was da alles drauf ist. Das sieht für mich zunächst einmal alles nach aktiven Fonds aus, die natürlich im Vertrieb von Bankberatern sehr, sehr lukrativ sind. Also wenn wir uns mal so einen Flossbach von Storch gleich angucken, werden wir sehen, was das konkret bedeutet. Also die Top Mover sind Münchner Rück. Da hat er wohl am meisten mitverdient, nämlich 56%, 8.700 Euro. Siemens 55% hoch. Deutsche Telekom 48% hoch. BMW 37% hoch. Und MTU, Aero Engineers, 36. Das hier sind die Top Mover. Seine größte Position scheint gar nicht mehr Unilever zu sein. Die scheint er schon reduziert zu haben. Also hier sein Unilever sind nur in Anführungszeichen 5% vom Portfolio. Das heißt, wenn wir in die Aktivitäten reinschauen, hat er das sehr wahrscheinlich schon teilverkauft. Oh, er hat auch keine Verkäufe getätigt. Okay. Aber meint er nicht, das würden 8% vom Portfolio machen? Gut, kann natürlich liegen, dass, wenn man in die Analyse reinschaut, dass dann die Werte, die in den Fonds drin sind, dass da schon ziemlich viel Unilever drin ist. Das könnte natürlich sein. Aber ich sehe hier Unilever nur 5%. Naja, egal. Größte Position ist hier dieser Akatis Garnet Value Event Fonds. Den kenne ich absolut nicht. Den hier kenne ich, den Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Den hatten wir uns schon häufiger mal angeguckt. Das ist ein aktiver Fonds, der versucht, eine Outperformance zu erwirtschaften. Ist ziemlich teuer, auch ziemlich teuer mit Abschlussgebühren. Also ihr müsst hier, ich glaube, bis zu 5% Ausgabeaufschlag bezahlen, was sehr, sehr teuer ist. Und davon finanziert sich natürlich die Bank. Den Kollegen hier können wir uns mal anschauen. Top 10 Positionen. Prosus sagt mir schon mal nichts. Microsoft ist klar. Münchner Rück, Apple, Berkshire Hathaway, EFA, SAP, Ferguson, Straumann Holding sagt mir auch nichts. Und Salesforce. Allokationen 78%, Aktien 20%, Anleihen oder anders ausgedrückt Renten. Erkartes Value, MSCI World, GDR 50% und ENO, Eonia, das ist unfair, 50%. Ihr seht hier die Entwicklung des Fonds und ihr seht darunter zunächst einmal MSCI World zu 50%. Und 50% Eonia. Eonia ist der Nachfolger des Euribor. Und Euribor ist ein Geldmarkt, ein Geldmarktindex sozusagen, wenn wir es mal ausdrücken. Also das ist quasi das Tagesgeld. Was hier also dargestellt wird, ist die Entwicklung von 50% Tagesgeld und 50% Eonia. Der Eonia wurde übrigens ersetzt hier ab einem gewissen Punkt, deswegen ist die Linie dann fett. Aber es ist egal, die beiden kamen miteinander vergleichen. Das heißt, die rote Linie ist das Vergleichsmerkmal. Und da ist dieser Fonds natürlich deutlich besser gelaufen. Was wir allerdings hier unten gesehen haben, ist, dass der Fonds viel weniger in Renten investiert, also viel weniger in Bonds und dass die Renten, in die investiert werden, hier spanische Anleihen sind. Zumindest sieht mir das mal hier so aus, was nochmal deutlich riskanter ist. Das heißt, dass der besser läuft, lässt sich zum größten Teil sehr wahrscheinlich schon mal dadurch erklären, dass er einen deutlich höheren Aktienanteil hat, nämlich 24% mehr. So ein Viertel vom Gesamtportfolio hat er mehr in Aktien drin und nur 20% in Renten. Und die Renten, da ist der Eonia nicht mehr der richtige Referenzindex, denn der Eonia ist ja Tagesgeld. Und hier hat er Anleihen mit drin, beispielsweise hier, ich glaube, das ist das, müsste ich aber nochmal genauer recherchieren, eine spanische Anleihe, die natürlich viel höhere Zinsen bezahlt als so ein Tagesgeld. Bei der Eonia nicht relativ lang sogar negativ. Der Eonia, beziehungsweise Ester, wie er jetzt heißt, war eine lange Zeit lang sogar negativ. Das sieht man auch in den Geldmarktfonds. Wenn wir uns jetzt hier nochmal einen Geldmarktfonds raussuchen, egal welchen, ja hier Overnight Rate, beispielsweise hier mal eine maximale Laufzeit, machen wir mal 5-Jahres-Laufzeit, dann sehen wir, der ging nur runter. Das lag nämlich daran, dass der Eonia, den er ja hier abbilden soll, dass der negativ war. Das heißt hier hochgradig unfairer Vergleich, dass der Fonds besser läuft als MSCI World, nur zur Hälfte gewichtet und dann noch 50% Tagesgeld, er selbst der Fonds, aber deutlich stärker investiert, also deutlich mehr in Aktien. Von daher, ja, ein bisschen Geschmäckle. So, jetzt gucken wir mal, wie viel das gute Teil kostet. Ausgabeaufschlag 5%. Wenn er 100 Euro investiert oder in seinem Fall vielleicht 100.000 Euro, dann sind davon direkt mal 5.000 Euro weg an den Vertrieb. Und laufende Kosten haben wir hier 1,86% pro Jahr. Hier die Anteilsklassen in Klammern dahinter, also Anteilsklasse KI, Anteilsklasse A, C, B, sorry, KL, das steht für Klasse KL. A und C, das hier ist die Klasse B, die zahlt ein bisschen weniger, und die Klasse D und E zahlen am wenigsten laufende Gebühren. Wenn wir jetzt nochmal reinschauen, hier die ISIN-Nummer, können wir uns merken, 7541 endet sie. Und dann gucken wir nochmal auf die Webseite, welche ISIN, welcher Anteilsklasse das entspricht, nämlich der A, stellen wir fest, juhu, das ist ja die, die fast doppelt so teuer ist wie die günstigere. Also, nämlich die kostet 1,86% laufende Kosten pro Jahr, während die günstigste hier 1,09%. Das heißt, ich kriege hier nicht mehr die günstigere Klasse, obwohl ich 5% massiven Ausgabeaufschlag bezahle. Darin enthalten, Transaktionskosten, bla 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 und so weiter. Also, ein extrem teures Produkt und die Outperformance möchte ich mal ganz stark in Frage stellen. Wir werden aktiv gemanagte Fonds auch in unserer ETF-Suche eines Tages mit aufnehmen und dann werden wir die beiden vergleichen können. Und dann können wir mal wirklich einen MSCI World dagegen legen, also gegen dieses Produkt. Wisst ihr, wenn ich einfach nur den Core MSCI World will? Genau, den hier, so. Und dann sehen wir, oha, er ist deutlich besser gelaufen in letzter Zeit als unser Akatis und so weiter, also als dieses Produkt. Von daher, lasst euch da nicht täuschen. Auch dieser Vergleich ist übrigens hinkend, weil er, wie wir gesehen haben, 20% Renten mit drin hat, also Anleihen. Das heißt, eigentlich müsste dieser 20%ige Anleiheteil mit berücksichtigt werden. Allerdings, genau, haben die in die eine Richtung geschummelt, wir schummeln jetzt in die andere Richtung und daran kann man sehen, wie gut dieses Teil gelaufen ist. Was da jetzt die Anlagestrategie ist? Ah, okay, hier steht es. Bei der Auswahl der Fondpositionen wird die Philosophie des Value Investing mit Ansatz der Event-Orientierung kombiniert. Was auch immer das heißt. Also Event-Orientierung ist Wetten auf bestimmte Events, beispielsweise Unternehmenszahlen und solche Dinge. Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken reduzieren. Das ist natürlich ein wunderschöner Satz. Unternehmen mit hohen Business-Qualitäten, was sind hohe Business-Qualitäten, sollen fundamentale Risiken reduzieren. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und unterschiedliche Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können beigemischt werden. Wesentlich sind zudem Transparenz des Rechnungswesens und die Corporate Governance des Unternehmens. Ja, gut, okay. Ausschusskriterien wurde von einer Mehrheit der Befragten festgelegt. Unternehmen, die die Anforderungen verletzen sollen, nur dann im Portfolio gehalten werden, wenn ihr addierter Anteil 10% am Fondsvermögen nicht übersteigt. Das sind die Nachhaltigkeitskriterien. Also, das ist dieser Fonds. Interessant. Ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, was das für ein Fonds ist. Also, es ist ein Value-Fonds, aber ich sehe auch jetzt nicht, wie viele Positionen er hat. Fondsvolumen ist drin, 6 Milliarden. Das ist natürlich schon mal was. Okay, alles klar. Ja, interessant. Interessantes Produkt. Auf jeden Fall, was man wissen muss, ist ein ziemlich teurer Fonds. So, nur der Vollständigkeit halber. Flossbach von Storch dürfte so ziemlich dasselbe sein. Flossbach von Storch Multiple Opportunities ist auch kein Geschenk. Also, ist schon ziemlich teuer. Und wenn wir uns jetzt mal die Performance anschauen, Wertentwicklung, ob wir uns die mit einem MSCI World vergleichen können. Ja, lief auch besser als der Flossbach von Storch Multiple Opportunities. Ich habe hier einen Akkumulierenden gesucht. Muss mal gucken, Fairness halber, ob der nicht ausschüttend ist. Ausschüttungsbekanntmachung. Okay, sieht so aus, als würde er ausschütten. Dann kann man das hier nicht komplett miteinander vergleichen. Wir können es aber mit einem ausschüttenden MSCI World vergleichen. Aber die Differenz ist schon ziemlich krass. Also, wenn wir uns das jetzt hier, wie gesagt, seit Dezember anschauen. Die sind auch nicht aufeinander geeicht. Also, die sind jetzt nicht genullt, sozusagen, um die vergleichen zu können. Das könnten wir bei uns jetzt auf der ETF-Suche machen. Aber wir sehen, die starten hier schon mit einer Differenz von 7 Prozent der MSCI World, sogar 7 Prozent behind. Gut, von daher, ja, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Also, du hast ja super viele, also, diese beiden sind aktiv gemeldet. Also, sind aktive Fonds. 11 Prozent und 10,25 Prozent. Dann, diese beiden sind auch nochmal aktive Fonds. Clean Energy, PicTag ist auch ein aktives Fondsmanagement. Und nochmal ein aktives Fondsmanagement. Also nochmal 12 Prozent on top. So, Siemens, ganz stark gewichtet. Also nochmal deutlich mehr als deine Unilever. Diesen Fonds hier kenne ich tatsächlich nicht. Invest Food for Generation. Ich gucke mal, was er sonst noch mit drin hat. Münchner Rück hat man ja schon gesehen. Genau, das ist die Aktie, die am meisten Plus drauf hat. GEA-Gruppe. Das sagt mir jetzt tatsächlich nichts. Von Prozestechnik und Komponenten für nahrungsmittelverarbeitende Industrie und eine breite Palette anderer Prozessindustrie. Ah ja, okay, dann heißt schwere Ausrüstung sehr wahrscheinlich so was wie Maschinenhersteller oder so. Na gut, also der ist stark mit drin. BASF, BMW, Investco, Spyder, MSCI World. Das ist ja wahrscheinlich der Start seines Investments in MSCI oder in seinen ETFs. Jetzt hast du allerdings zwei Stück. Also einen von Spyder und einen von X-Tracker. Ich vergleiche die jetzt mal ganz kurz miteinander. Einmal hast du eine TR beim Spyder von 0,12 und hier ist ein TR von 0,19. Ein Zehntel, wohlbemerkt, ein Zehntel von dem, was diese erste aktive Fonds, den wir uns angeschaut haben, an jährlichen Kosten, wohlbemerkt. Und es gibt keinen Ausgabeaufschlag bei ETFs. Also, ja, einfach nur mal ein Vergleich, was ihr bezahlt im aktiven Fondsmanagement versus im ETFs. Und wie gesagt, er performt auch nicht wesentlich besser. Das sah zwar so aus, aber wir haben ja gesehen, es werden Äpfel mit Birnen verglichen. Von daher hier festhalten, du hast zweimal MSCI World mit drin. Genau, zweimal MSCI World mit drin. Kannst du dich entscheiden, einen einzigen draus zu machen. Also, die sind nahezu komplett identisch. Die sind beide akkumulierend, also thesaurierend. Also, ja. Bayer-Einzelaktien, VanEck, Vector, Semiconductors, den hatten wir uns, glaube ich, schon mal angeschaut auch. Was haben wir da drin? Nvidia, ganz klar, ASML, Holding, einer der größten Firmen in Europa, die Semiconductors herstellen als ADR. Okay, sind die in Amerika gelistet? Wusste ich gar nicht. Broadcom, Taiwan Semiconductors, Texas Instrument und so weiter. Da haben wir die einzelnen Länder, Taiwan müsste doch da auch jetzt hier, ja genau, Taiwan ist mit gehighlighted, wunderbar. Niederlande sind 12%, ah ja genau, 10% ASML und dann noch ein bisschen was anderes, ja. Ja, spannender Wert, allerdings geringe Diversifikationen, also wir haben hier 25 Aktienpositionen drin, muss man wissen. Ansonsten halt ganz klar eine Sektorwette, was genau dasselbe ist wie mit den einzelnen Aktien. SAP, BlackRock Global Fund, World Technology, okay, und dann jede Menge Einzelaxeln. Und hier wieder ein MSCI World, aber hier einen ausschüttenden, also die würde ich wie gesagt konsolidieren. Ein einziger MSCI World reicht völlig aus. Emerging Markets, das heißt diese drei ETFs hier, ICHS Core, MSCI EM, MSCI Emerging Markets und nochmal HSBC Emerging Markets. Das sind drei ETFs, die quasi dasselbe abbilden. Also du kannst dich für einen entscheiden und die anderen beiden im Interesse deiner Portfolio Simplifizierung verkaufen. Genau, haben wir hier noch einen ETF und ein bisschen Bitcoin. Wie viel vom Gesamtportfolio? 0,25%. Okay, 1200 Euro in Bitcoin und 7400 in Ethereum. Das ist verkehrt rum, musst du andersrum machen. Und Solana hat er auch gehabt und verkauft und Cardano, okay. Man sieht also hier schon, dass er angefangen hat, aktive Fonds zu verkaufen, also gerade die negativ verbucht waren. Also hier in Fidelity, diese beiden Fidelity Produkte oder von Tobel. Das sind Werte, die negativ waren, die hat er verkauft. Okay, ganz schöner Klopper. Kommen wir auf die Frage zurück, was man mit diesem Portfolio machen soll. Ja, also grundsätzlich, wenn du gerade noch in so einer Experimentierphase bist, also dass du gerade so ein bisschen dabei bist, dich zu finden, das leite ich daher ab. Also ich denke, dass das derzeit der Fall bei dir ist, weil du zum Beispiel mehrere MSCI Worlds hast und auch mehrere MSCI Emerging Markets. Dann würde ich bei so einem großen Portfolio noch nicht großartig anfangen, rumzuschrauben. Wenn du einzelne Positionen loswerden möchtest, weil sie im Negativen rentieren, dann kannst du das machen, weil das ist nicht sonderlich steuerschädlich. Auch diese großen Dickschiffe hier, dieser aktive Fonds, der Flossbach von Storch, aber die PICTEC genauso. Wenn du dich von aktiven Fonds verabschieden möchtest aus Gründen, die wir in verschiedensten Videos schon mal genannt haben, weil sie sehr teuer sind, weil sie nicht besser laufen als der Markt und so weiter, dann kannst du das tun, wenn du auf der anderen Seite auch Verluste realisierst. Dann werden die miteinander verrechnet. Hast du hier unten schon gemacht, ne? Also wir sehen das ja hier oben. Dein realisierter Gewinn sozusagen sind minus 5000 Euro. Das heißt, wenn du jetzt hier diesen Anteil von diesem ARCTEC verkaufen würdest, ACATIS verkaufen würdest, wo 7000 plus sind, dann werden die miteinander verrechnet. Angenommen, es sind auch Aktienfonds, aber ich glaube, das sollte der Fall sein. Und damit könntest du anfangen, dein Portfolio in kleinen Schrittchen zu vereinfachen und zum ETF-Portfolio umzuschichten. Wird dich auf jeden Fall deutlich günstiger zu stehen kommen, das ist klar. Große Vorsicht ist geboten beim Beraterwechsel, denn der Berater verdient vor allem dann, beziehungsweise realisiert vor allem dann Provisionen, wenn er neue Fonds dir anbietet. Das heißt, er wird dir sehr wahrscheinlich anbieten, dein Portfolio zu restrukturieren. Und wenn du restrukturierst und dann nochmal solche Fonds reinbekommst, dann wirst du auch nochmal Ausgabeaufschlag bezahlen müssen. Dann sind nochmal 5% weg von dem investierten Kapital. Deswegen muss man bei solchen Umschichtungen sehr, sehr vorsichtig sein. Also das, was im ETF-Bereich kein Problem ist, weil da hast du ja nur die Handelskosten sozusagen, die auf dich zukommen, die Transaktionskosten, muss man im Fondsbereich extrem vorsichtig sein mit Umschichten, weil hier entstehen nochmal Kosten in Form des Ausgabeaufschlags. Deswegen wäre ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig oder wie Florian Homm sagen würde, sehr allergisch. Auf die einzelnen Aktien kann ich jetzt nicht eingehen. Auf deine einzelnen Sektorwerten, ich glaube, du weißt ja wahrscheinlich, was du tust, will ich auch nicht genau eingehen. Wie gesagt, muss ich mit dem Portfolio wohlfühlen. Vergleich das Ganze mal in Ruhe, such dir die einzelnen Fonds raus, pack die mal auf so eine Suche, wo du sowohl Fonds als auch ETFs dir anschauen kannst. Und dann kannst du die Performances miteinander vergleichen. Same hier, also kannst du hier zum Beispiel bei Parkett einfach mal iShares Core MSCI World eingeben und dann wirst du sehen, wie das Ganze läuft und was besser läuft. Schade, dass die nicht miteinander verglichen werden, nicht normiert, aber genau, nicht tragisch. Cool, ja, that's the Portfolio. I hope you enjoyed it, guys. Das war soweit auch schon der Portfolio-Check und wenn du möchtest, dass wir uns auch dein Portfolio anschauen, dann guck mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, wo du uns dein Portfolio zukommen lassen kannst. Ansonsten solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann wirst du nämlich informiert, sobald wir das nächste Mal live sind.